Hallo Leute, hier ist wieder euer Ripper und heute gibt es wieder ein neues Tutorial auf der neuen Karte der Eisendrache. Und zwar wollt ihr euch in diesem Video zeigen, wie ihr diesen abgegradeten lilanen Bogen bekommen könnt. Oder eher gesagt diesen Schädel- oder Totenkopfbogen. Was ihr natürlich dafür als erstes benötigt, ist den normalen Bogen. Ich habe dazu schon ein Video hochgeladen für die Leute, die nicht wissen, wie man diesen erhalten kann. Link dazu findet ihr jetzt im Video, beziehungsweise auch in der Beschreibung. Wie gesagt, ist nur für die Leute, die das noch nicht wissen. Und damit kommen wir jetzt eigentlich auch schon zu dem ersten Schritt. Und zwar benötigt ihr erstmal das Teil, damit ihr das Ganze erstmal auf diesen lilanen Stab upgraden könnt. Und zwar befindet sich das bei Double Tap, eher gesagt dort wo sich die Werkbank befindet, also oben über Double Tap sozusagen. Und zwar müsst ihr da einfach bei dieser Brücke draufstehen und in Richtung Wand gucken. Denn dort solltet ihr eigentlich so ein Symbol sehen und bei diesem Symbol müsst ihr mit eurem Bogen drausschießen. Und zack, die Wand ist kaputt und so ein Teil kommt da rausgesprungen oder rausgeflogen. Dieses Teil müsst ihr dann wieder aufnehmen mit eurer Aktionstaste. Das wäre auf der Playstation die Vier-Eck-Taste, auf der Xbox die X-Taste und auf dem PC die F-Taste. Und dann habt ihr eigentlich auch schon den Anfang gemacht. Denn eure nächste Aufgabe ist es nun in den Innenhof zu gehen, vor der Kirche oder vor diesem Computerraum. Denn dort könnt ihr entweder ja dann nach oben in diesen Glockenturm gehen, beziehungsweise unter diesen Glockenturm gehen. Und ihr müsst unter diesen Glockenturm gehen, denn dort befindet sich jetzt normalerweise in der Mitte von diesem Kreis so ein Stein, der jetzt lila leuchtet. Und jetzt müsst ihr auf diesen lilanen Stein einen Zombie messern. Deswegen ist es eigentlich ganz wichtig, dass ihr diesen Bogen so früh wie möglich macht. Denn je später ihr seid, desto schwieriger wird es einen Zombie darauf zu messern. Und angemerkt will ich noch haben, dass ich mir nicht zu 100% sicher bin, ob man wirklich einen messern muss. Wir haben es immer mit Messern gemacht. Das sieht so wirklich danach aus, dass man wirklich einen messern muss. Wir haben das immer mit den letzten Zombies gemacht. Deswegen kann das auch wirklich sein, dass man ihn einfach töten muss. Aber ich bin da eigentlich eher der Meinung, dass man wirklich den Zombie auf dieser Plattform oder auf diesen Stein messern muss. Und wenn man das jetzt nun getan hat, also diesen Zombie dort gemessert hat, dann solltet ihr auch schon die Animation sehen, dass dort so eine Art Licht aus diesem Boden dann kommt und diese Steine dann verschwinden. Und ihr solltet auch so eine Art Gefäß dort sehen. Dieses Gefäß könnt ihr dann wieder mit eurer Aktionstaste nach oben holen. Das heißt, wenn ihr dort eure Aktionstaste drückt, dann solltet dieses Gefäß unter diesen Kronleuchter schweben. Und diese mysteriöse Stimme sagt, dass wir jetzt nach irgendwas suchen sollen. Und ihr müsst jetzt nach Totenköpfen oder nach Schädeln suchen. Und von diesen Schädeln, die ich euch jetzt mal hier im Hintergrund einblende, damit ihr überhaupt wisst, wie diese aussehen, gibt es sechs Stück und ich werde natürlich euch jetzt mal zeigen, wo ihr diese sechs Schädel findet. Den ersten Schädel findet ihr direkt bei Mule Kick. Das heißt, ihr lauft von diesem Raum einfach nach unten in den Tunnel. Da solltet ihr auch Mule Kick sehen. Und in einer dieser Wandeinkerbungen befindet sich dann auch der erste Schädel. Der zweite Schädel befindet sich dann bei Double Tap auf der Mauer. Solltet ihr eigentlich auch ganz gut sehen. Der nächste Schädel befindet sich dann in Samantha's Room, also dort, wo die ganzen Betten und Schlafzimmer sind. Da befindet sich in einer der Kisten dann auch der nächste Schädel. Daraufhin befindet sich auch der nächste Schädel dann unten beim Teleporter. Das heißt, wenn ihr dort vor dem Teleporter steht, dreht euch nach rechts. Denn rechts in dem Waschbecken befindet sich dann auch der Förderschädel. Danach solltet ihr euch eigentlich direkt zu der Rakete teleportieren. Denn dort befindet sich links von der Rakete ein LKW und hinten auf der Ladefläche befindet sich auch der fünfte Schädel. Und jetzt sind wir schon beim letzten Schädel angelangt. Und zwar befindet sich dieser im Innenhof vor der Kirche. Wenn ihr rechts die Treppe nach oben lauft, auf dem Fensterbrett, da befindet sich dann auch der letzte Schädel. Solltet ihr nun alle Schädel eingesammelt haben, müsst ihr wieder in diesen Raum nach unten laufen. Denn dort befindet sich jetzt eigentlich so eine Art Kreis. Und bei diesem Kreis ist es eure nächste Aufgabe, Zombies zu opfern, aber diesmal gebeugte Seen. Das heißt, ihr müsst dort Crawler opfern. Ganz einfach dort die Crawler hinbringen, nicht töten. Das ist eigentlich das Wichtigste bei dieser Aufgabe. Denn ihr könnt ja eigentlich direkt anfangen. Ihr müsst einfach nur ein paar Crawler machen, diese nicht töten. Denn die werden eigentlich automatisch aufgefressen von diesen Schädeln, die sie dort in der Luft befinden. Und da es ja natürlich sechs Schädel gibt, müsst ihr natürlich auch sechs Crawler opfern. Nachdem ihr jetzt nun die Totenköpfe mit den Crawlern gefüttert habt, habt ihr auch schon eine nächste Aufgabe bekommen. Denn wenn ihr jetzt die Crawler dort gefüttert habt, dann sind in diesen Kreisen solche Symbole dann entstanden. Und diese Symbole sind ausgeblechen, was jetzt eure nächste Aufgabe ist, dass ihr diese Symbole sozusagen füllt. Dieses Mal aber nicht mit Seelen füllen, das heißt nicht einfach Zombies töten. Denn ihr müsst die Zombies schon töten, aber ihr müsst aufpassen, denn die Zombies droppen ab und zu so ein Symbol. Und dieses Symbol bleibt halt nur für 10 Sekunden, deswegen solltet ihr das Symbol so schnell wie möglich einsammeln. Ihr seht das Ganze hier im Video, wie diese Zombies dann diese Symbole droppen. Und davon müsst ihr einfach sechs Symbole einsammeln. Das heißt, ihr müsst so lange dort Zombies töten, bis all diese sechs Symbole dort gedroppt sind von diesen Zombies. Und dann habt ihr eigentlich auch schon diesen Schritt geschafft. So, und der nächste Schritt ist wahrscheinlich der schwierigste Schritt, also zum Erklären für mich. Denn da ist es wieder so ein bisschen so eine Sache mit Merken und Übersetzen sozusagen. Aber ich versuche mal mein Glück, beziehungsweise ich versuche es mal euch so gut wie möglich zu erklären. Denn nachdem ihr jetzt nun alle sechs Symbole eingesammelt habt von diesen Zombiedrops, dann erzählt wieder diese mysteriöse Stimme irgendeinen Text. Und in diesem Text erwähnt diese Stimme von drei verschiedenen Dingen. Das heißt, bei unserem Beispiel, ich werde das ein bisschen jetzt erklären an diesem Gameplay, das jetzt im Hintergrund läuft. Bei unserem Beispiel hat diese Stimme nämlich drei Wörter gesagt, und zwar Horn, Herz und Hirscht. Und diese Wörter, die diese mysteriöse Stimme sagt, müsst ihr euch wirklich merken. Denn die sind von Spiel zu Spiel anders. Das heißt, ihr könnt jetzt eigentlich einfach die Wörter übernehmen, die ich jetzt in meinem Video hatte. Schreibt die euch irgendwie auf. Und keine Angst, wenn ihr das Ganze irgendwie nicht verstanden habt. Ihr könnt immer wieder auf das Gefäß oben in der Luft schießen und dann wiederholt diese Stimme diesen Satz. So, und nachdem ihr euch jetzt diese Wörter gemerkt habt, die diese Stimme gesagt habt, müsst ihr euch in diesen Gang bewegen. Also dort zwischen Computerraum und Strom befindet sich ja so ein Gang, wo lauter Statuen stehen. Und bei jeder dieser Statuen befindet sich an dem Sockel von dieser Statue so ein bestimmtes Bild. Und da solltet ihr eigentlich auch entdecken, dass genau diese Bilder, wie zum Beispiel Herz oder Hirscht, auch mit dabei sind. Und diese Statuen dienen sozusagen als Übersetzer. Das heißt, wenn ihr jetzt in diesem Raum mit diesen Statuen oder mit diesen Ritterrüstungen seid, sucht ganz einfach eure drei Wörter. Das heißt, bei unserem Fall war es wie gesagt die Wörter Horn, Herz und Hirsch. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel das erste Wort gefunden habt, also eher gesagt die erste Statue, wo unten auf dem Sockel ein Horn abgebildet ist, dann müsst ihr wieder eure Aktionstaste drücken. Denn nachdem ihr das jetzt nun gemacht habt, solltet ihr bei der Statue so ein Zeichen oder so ein Symbol aufleuchten, welches ihr eigentlich von diesem Boden in diesen Raum kennen sollte. Und was jetzt eigentlich ganz logisch klingt und eigentlich auch ganz logisch ist, die Statuen dienen sozusagen als Übersetzer. Das heißt, ihr müsst jetzt auch bei den anderen beiden Statuen dasselbe machen mit der Aktionstaste. Und dann solltet ihr eigentlich auch wieder diese drei Symbole euch merken. Denn diese drei Symbole müsst ihr gleich bei diesem Raum anschießen. Und wie gesagt, jetzt müsst ihr zu diesem Raum nach unten gehen und genau diese drei Symbole anschießen und genau in der Reihenfolge, wo auch die Stimme das Ganze gesagt hat. Und keine Angst, wenn ihr die Symbole falsch angeschossen habt, denn ihr könnt das Ganze immer wieder wiederholen. Es passiert halt nur so eine Sache, so einen kleinen Effekt, so eine Art Strafe. Denn wenn ihr die Symbole irgendwie falsch angeschossen habt, beziehungsweise eine falsche Reihenfolge gemacht habt, dann dreht sozusagen der Raum ein bisschen durch. Das heißt, diese Köpfe oder diese Schädel, die greifen dann euch für 30 Sekunden, glaube ich, an. Ihr könnt da sogar sterben, das ist mir mal passiert. Und deswegen solltet ihr einfach für drei Sekunden schnell mal aus diesem Raum verschwinden und danach könnt ihr das Ganze wieder von erneut eingeben. Solltet ihr jetzt aber die richtigen Symbole in der richtigen Reihenfolge angeschossen haben, sollte in der Mitte so ein pinker Strahl aufleuchten. Bei diesem Strahl solltet ihr in der Mitte so eine Art Pfeil sehen. Drückt da einfach wieder eure Aktionstaste, wartet für ein paar Sekunden und dann sollte euch eigentlich schon angezeigt werden, dass ihr diesen Pfeil entnehmen könnt. Und nun sind wir eigentlich auch schon wieder bei dem letzten Schritt angelangt. Ihr müsst wieder zu der Pyramide gehen, zu den vier Statuen und da müsst ihr wieder euren Altar suchen. Also diese Symbole mit diesen runden Teilen in der Mitte und mit diesen ganzen Schädel, die da rumschwören. Und wenn ihr das richtige Symbol gefunden habt, könnt ihr wieder mit eurer Aktionstaste diesen Pfeil platzieren und nun müsst ihr wieder Zombie-Szenen füllen. Das heißt, tötet in diesem Pyramiden-Viehack einfach ein paar Zombies. Das geht eigentlich ganz schnell. Ich glaube 30 bis 40 Zombies sind das. Und wenn das richtig ist, beziehungsweise wenn das Ganze voll ist, dann werden zu diesem Altar keine Zombie-Szenen mehr irgendwie hingeführt. Und das heißt, ihr könnt eure normalen Bogen mit diesen abgegradeten Bogen dann austauschen. Und ja, es sieht eigentlich wirklich nice aus. Gefällt mir eigentlich auch wirklich sehr vom Design. Und somit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch weitergeholfen. Und damit sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Euer Reaper.